Musik Wir haben einen neuen Biokunststoff entwickelt, der auf Molke basiert. Dadurch wird die Verpackung von Nahrungsmitteln recycelbar. Dank der Verwendung von Molke ist das neue Plastik biologisch vollständig abbaubar. Molke ist ein Abfallprodukt der Käseproduktion. Sie enthält 7% Trockenmasse, die reich an Proteinen ist. Diesen Anteil können wir für die Produktion unseres aus Molke produzierten Plastiks nutzen, sozusagen ein Bioplastik. In der europäischen Käseproduktion fallen jedes Jahr rund 50 Millionen Tonnen Molke an. Ein Teil der Molke wird verwendet, um daraus zum Beispiel proteinreiche Spezialgetränke für Bodybuilder herzustellen. Der Rest aber landet bislang auf dem Müll. Ein EU-Projekt in Katalonien versucht deshalb, diesen Ausschuss zu reduzieren und daraus neue Produkte mit einzigartigen Eigenschaften zu kreieren. Die flüssige Molke wird zunächst gefiltert, dann getrocknet, um die Trockenmasse zu extraieren. Dann wird ein dünner Plastikfilm hergestellt, der wasserundurchlässig und luftdicht ist. So lassen sich Lebensmittel konservieren. Dieses Molke-Protein kann in Wasser durch Enzyme aufgelöst werden und dadurch werden die Schichten voneinander getrennt. Das macht das Recycling der einzelnen Materialien wesentlich einfacher. Diese Wiederverwertbarkeit ist ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichem Plastik, das auf nicht recycelbaren, fossilen Ressourcen basiert, die sich auch in Hunderten von Jahren nicht zersetzen. In nur zwei Jahren soll die Molke-Film-Technologie soweit sein, dass sie Industriestandard erreicht. Dann sind individuell gestaltbare Verpackungen möglich, die noch dazu vollständig biologisch abbaubar sind. Das Projekt besteht aus 14 Partnern. Sie kommen aus der Wissenschaft, der Verpackungsindustrie, der Recyclingindustrie und der technischen Produktentwicklung. Es war notwendig, das Wissen all dieser Partner zu kombinieren, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Die Stoffen von B Die Stoffen von B